Mein Name ist Sidoni Carstensen. Ich bin Hypnotiseurin, Therapeutin und Mentalcoach. Seit Jahren begleite ich Menschen dabei, ihre Blockaden zu lösen, ihre Ziele leichter und effizienter zu erreichen, ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln und ihre Ressourcen zu stärken. Manche Veränderungen sind so stark, dass ich das die Menschen vorher gar nicht vorstellen konnte. Vielen Dank.